Abpfiff Nummer 1, Lionel Messi ist raus, Abpfiff Nummer 2, Cristiano Ronaldo ist raus. So war gestern der Fußballtag, den wir in der Gruppe A bzw. im Achtelfinale der Gruppe A und B und im Achtelfinale der Gruppe C und D erleben mussten, durften, wie auch immer man das beschreiben will. Auf jeden Fall sind sowohl der Beste als auch der Zweitbeste bzw. die beiden besten Fußballer der Welt mit ihren Nationalmannschaften ausgeschieden. Der eine, ja, relativ spektakulär, muss man sagen, gegen Frankreich, auch in einem Spiel, wo Argentinien nicht zwingend schlechter war, aber im Endeffekt schon in meinen Augen verdient rausgeflogen ist. Und dann der andere gegen Uruguay, wo einfach die Problematik wieder, ja, mal gezeigt wurde, dass Portugal halt einfach nicht so stark ist, eine der besten Defensiven der Welt. Vorher richtig große Probleme zu stellen und, ja, mit einer kleinen Differenz finde ich, im Vergleich zu Messi, dass Ronaldo halt auch einfach nicht mehr die Qualität der Mitspieler hat. Aber dazu kommen wir später. Erstmal soll es heute um Lionel Messi gehen und, ja, ich würde gerne in den Kommentaren eure Meinung hören. Sowohl zum einen als auch zum anderen. War das die letzte Chance für die beiden? Wird nochmal irgendwie eine Situation kommen, dass die beiden die Chance haben, Weltmeister zu werden? Oder war es das jetzt? Eigentlich muss man ja sagen, die Geschichte ist jetzt durch. Ronaldo ist jetzt 33 Jahre alt und, äh, klar, hat noch den Körper von einem 23-Jährigen laut den Werten, aber wird er wirklich noch mit 37 spielen in Katar? Wird er wirklich sich da nochmal antun mit der Nationalmannschaft? Und wird er da, wenn überhaupt, eine Chance haben, die Weltmeisterschaft auch zu gewinnen? Denn auch wenn Portugal, was die Nachwuchsspieler, beziehungsweise was die jüngere Generation angeht, deutlich stärker aussieht als die ältere Generation, die ganz, ganz großen Spieler produziert Portugal nicht mehr. Ja, also, ich meine, klar, solche Spieler wie beispielsweise André Silva oder William Carvalho oder Adrian Silva oder auch Guerreiro und Cedric, die sind nicht schlecht. Aber richtig gut sind sie auch nicht. Auch weil die portugiesische Liga halt einfach nicht mit anderen europäischen Top-Ligen mithalten kann. Große Frage ist, ob sich das eventuell ändern wird in den nächsten Jahren. Kann natürlich gut sein. Aber ich persönlich denke, dass Ronaldo auch 2022, wenn er da mitspielen sollte, was ich mir gut vorstellen kann, weil er ist 37 dann. Aber grundsätzlich hat er wahrscheinlich dann auch das Niveau zu spielen. Er meinte ja, er will spielen, bis er 41 ist, wenn es geht. Wenn er verletzungsfrei bleibt, könnte ich mir forschen, dass er spielt. Aber ich glaube, er ist mittlerweile einfach so sehr über den Zenit, dass er halt einfach auch nicht mehr dieses Team mitreißen kann. Man hat es gegen Spanien gesehen. Es geht schon noch. Er hat den schnellsten Sprint der WM hingelegt. Er ist immer noch unglaublich in Form. Aber der Körper macht halt, was der Körper will. Und er kann nicht mehr über 90 Minuten lang kompletter Spiel an sich reißen und den Gegner komplett auseinandernehmen, wie er es früher eventuell gekonnt hätte. Das hat man natürlich in den Gruppenspielen gegen Iran und Marokko schon gesehen. Aber da sieht man jetzt auch, finde ich, gerade im Achtelfinale extrem. Ronaldo wird zugestellt von zwei Mannen und dann ist halt Feierabend. Dann kannst du nicht viel machen. Man muss dazu sagen, er hat nicht die Mitspieler wie bei Real Madrid. Er hat gute Mitspieler, aber nicht auf diesem Top-Niveau, dass irgendwie großartig jemand dafür aufkommen könnte, dass Ronaldo nicht da ist. Bei Madrid hat er Benzema, der im Notfall was machen kann. Er hat da Spieler wie Isco, er hat da Spieler wie Bale. Bei Portugal ist das halt einfach nicht der Fall. Und deswegen glaube ich persönlich, dass Ronaldo dieses Jahr einfach aufgrund des Turnierbaums und aufgrund der Konstellation und aufgrund seines noch nicht so fortgeschrittenen Alters und auch aufgrund seiner Formstärke, die er in den ersten beiden Gruppenspielen unter Beweis gestellt hat, die Chance gehabt hätte, die Weltmeisterschaft überraschend zu gewinnen. Wie gesagt, vor allem auch wegen dem Turnierbaum, der sehr gut aussah für Portugal. Allerdings jetzt, wo sie rausgeflogen sind, auch verdient gegen ein starkes Uruguay mit einem sehr, sehr starken Cavani, das einfach wieder unter Beweis gestellt hat, warum die immer mit zu Turnierfavoriten gehören. Einfach aufgrund ihrer unglaublichen defensiven Qualität und der unglaublichen offensiven Qualität. Nicht mal im Mittelfeld oder irgendwas, sondern nur die beiden Stürmer und vor allem halt die Viererkette. Dementsprechend haben die sich wieder in Favoritenstatus irgendwie gemausert und Portugal halt auch im Endeffekt verdient geschlagen. Das muss man halt so sagen. Ich hasse es, das zuzugeben, weil ihr wisst, ich bin Ronaldo-Fan. Ich hätte den gerne weitergesehen im Turnier und ich glaube, dass gerade aufgrund der Seite des Turnierbaums es recht einfach oder relativ gut möglich gewesen wäre, dass die ins Finale kommen oder zumindest ins Halbfinale. Aber so ist es jetzt natürlich extrem schwierig, irgendwie nochmal zu sagen, der wird mit 37 nochmal auf dem Level spielen. Ich meine, klar, er hat sein Spiel schon immer angepasst. Mittlerweile ist er mehr der Stoßstimmer, gerade bei Portugal, auch wenn er da alles gemacht hat. Er ist ja auch mit nach hinten gegangen, mit nach vorne gegangen. Der war ja überall gerade im ersten Spiel gegen Spanien, gegen den wirklichen Gegner. Also da hat er alles gemacht, aber wird er das noch können mit 37 oder hat er dann vielleicht nicht mehr die Ausdauer? Ist der Körper dann vielleicht einfach nach 17 Profi Jahren oder wie viel, oder 18, 19 Profi Jahren einfach zu geschunden? Das ist die große Frage, die sich stellt und ich glaube ganz ehrlich, ja. Und dementsprechend war das für mich die letzte Chance, für Cristiano Ronaldo einen großen Titel zu holen. Er wird wahrscheinlich mit dabei sein bei der Weltmeisterschaft, aber er wird, glaube ich, nicht mehr die Rolle spielen oder auf dem Niveau kicken können, wie er es jetzt konnte und gemacht hat und mit dem es leider nicht gereicht hat für ein starkes Uruguay, die auch ein unlangbarer Gegner sind im Achtelfinale, aber die halt einfach auch eine bessere Truppe zusammen haben als Portugal und die halt einfach die Qualität haben, die in einigen Mannschaftsteilen, namentlich in der Offensive und Innenverteidigung, genau die Position, wo Uruguay so stark ist, bei Portugal fehlt. Die haben zwei Weltklasse-Stürmer und die haben zwei Weltklasse-Innenverteidiger. Portugal hat beides nicht. Also Ronaldo sehe ich ja sehr als Stürmer, auch wenn er es gespielt hat. Ja, genau. Also Ronaldo sehe ich eher keine Möglichkeit mehr. Bei Messi sehe ich das Ganze sogar noch ein bisschen kritischer, noch ein bisschen dramatischer. Das Problem ist bei Messi, dass er natürlich den medialen Hype hat, den Ronaldo auch hat, aber mehr in einem positiven Sinne. Messi wird immer sehr, sehr humble dargestellt, also das, was Salah wirklich ist. wird immer sehr als der absolute Sunny-Boy und der absolute Media-Darling präsentiert, was ich persönlich lächerlich finde, weil Messi halt dadurch, also die Menschen bekommen dadurch ein sehr falsches Bild von der Situation. Ronaldo ist immer der Bad-Boy. Ich meine, das kann ich auch verstehen, er gibt sich auf dem Platz so. Und Messi ist immer der Good-Boy, der Kleine, der durch Talent alles weggemacht hat. Aber das ist genau das Ding, nicht durch harte Arbeit. Messi hat einfach von Grund auf und eine unglaubliche Stärke gehabt. Aber es gibt für mich eine ganz einfache Begründung, warum der im Nationalteam nicht auf dem Level performen kann, wie er es bei Barcelona kann. Und zwar ganz einfach, dass der all sein Können, zwar genetisch bedingt hat, aber aus La Masia. Das ist halt einfach die Nachwuchsschule von Barcelona. Und den Fußball, den Barcelona spielt oder der Barcelona so stark gemacht hat in ihrer Hauptära, den kannst du nicht kopieren. Den kannst du nicht auf den Platz bringen bei einem anderen Team. Vor allem nicht, wenn es Argentinien ist. Die zwar einen guten Kader haben, aber nicht ansatzweise auf dem Niveau von Barca spielen können. Ich weiß, also ihr wisst alle, ich mag Barca nicht, aber das muss man denen einfach auch mal zugute halten. Die haben ein unglaublich gut funktionierendes System seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile. Oder seit einem Jahrzehnt. So, gut, natürlich, wie gesagt, es ist jetzt mittlerweile ein bisschen am Bröckeln. Es ist nicht mehr ganz so stark. Liegt auch daran, dass Messi immer älter wird. Aber der ist trotzdem noch auf Weltklasse-Niveau. Und der hat in der WM jetzt gezeigt, im letzten Gruppenspiel gegen Nigeria mit einem absoluten Traumtor, das im Endeffekt diesen Weg ins Achtelfinale geebnet hat. Aber da war Endstation gegen Frankreich. Und auch wenn sie das Spiel recht schnell dann gedreht haben in der zweiten Halbzeit, durch diesen abgefälschten Schuss von Mercado, also der Schuss von Messi und Mercado mit dem abgefälschten Ball, das waren beides ja recht glückliche Tore, möchte ich behaupten. Also das 1 zu 1, natürlich, Tri Maria, das war ein absolutes Traumtor, der kann das auch. Aber dass der den da genauso trifft, dass Juri nicht übergreift, dass der genau in das seitliche Netz fliegt, aus dem Nichts, das war ja wirklich komplett aus dem Nichts, das ist schon Glück. Und das zweite Tor, dass Mercado da im Weg steht, versucht ja noch wegzuspringen, der war ja sonst genau auf den Torwart gegangen, das ist auch Glück. So, und Frankreich hat einfach eine viel größere Qualität bewiesen. Frankreich hätte in der ersten Halbzeit locker 2-3-0 führen können, auch wenn Argentinien die Gelegenheiten hatte, aber nicht in dem Ausmaß. Und bei Frankreich habe ich ja immer kritisiert, dass die kein Team sind, die sind keine Mannschaft, die sind nicht, die haben nicht diesen Teamspirit, den du brauchst, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Jetzt habe ich das Gefühl, sie haben den, wenn man das Tor von Mbappé sieht zum 3 zu 2, wie die Mannschaft da komplett auf den Los stimmt und auch nach dem 4 zu 2, wie die Mannschaft mit ihm feiert, wie die Mannschaft sich untereinander hochjubelt, das kann richtig helfen. Das hat Deutschland damals auch geholfen, 2014 und ich glaube, jetzt ist Frankreich ein Team geworden. Auch durch diese nicht ganz einfache Gruppenphase, wo sie sich ja sehr schwer getan haben. Jetzt könnte das wirklich sehr gut funktionieren und ich denke, jetzt wird Frankreich Weltmeister oder zumindest kommen sie ins Finale. Im Finale kann immer alles passieren, das ist klar, aber ich glaube, jetzt hat Frankreich wirklich den Rhythmus gefunden und den Modus gefunden und das Teamgefühl gefunden, um Weltmeister zu werden. Argentinien hingegen, das war halt wieder sehr auffällig, hängt an Messi. In der ersten Halbzeit war Messi noch ein bisschen besser gelaunt, aber der wurde immer schlechter gelaunt. Klar, nach dem 2 zu 1 war er gut drauf, aber wie lange hat das 2 zu 1 gehalten? Ich glaube, sieben Minuten oder so? Weiß ich nicht, 100 Prozent. Auf jeden Fall nicht so lange, bis dann eben der Ausgleich kam durch ein schönes Tor von Benjamin Pavard oder Benjamin oder wie auch immer auskommen wird. Das war der Knackpunkt im Spiel, weil Messi danach genervt war und wenn Messi genervt ist, das ist auch ein sehr schönes Beispiel, das ist ein sehr großer Unterschied zwischen Ronaldo genervt und Messi genervt. Wenn Ronaldo genervt ist, wird er erwütend und wenn Messi genervt ist, ist er wirklich genervt, der ist wirklich zickig, der verliert sich so ein bisschen. Klar gibt es da auch mal die Momente oder gab es in der Vergangenheit auch, dann dreht er halt nochmal richtig auf und macht halt irgendwas alleine, macht eine geniale Aktion und dreht das Spiel wieder und dann ist er wieder gut drauf, aber gestern beispielsweise war es so, Messi hat das nicht hinbekommen. Messi war in diesem genervten Modus und war weiterhin unsichtbar. Man kann jetzt sagen, ey, der hat noch diese wunderschöne Flanke geschlagen zum 3 zu 2, ja, aber mein Gott, eine Flanke aus dem Halbfeld, klar war die super, aber die kann auch jeder andere Spieler schlagen. Bei Ronaldo ist das nicht anders, also bei Ronaldo ist das anders, Ronaldo wird eher wütend und Ronaldo verkackt dann auch sehr, sehr viele Situationen. Es ist selten so, dass Ronaldo, wenn er genervt ist, wirklich noch gut spielt, einfach weil er sich zu sehr, zu sehr psychisch davon mitnehmen lässt, aber er hat es in den letzten Monaten und den letzten Jahren ein bisschen runtergeschaltet, dieses Wütende, dieses, er ist ein bisschen mehr, ein bisschen ruhiger geworden. Man sieht das Anfang der Saison, als er keine Tore gemacht hat, der war in sich gekehrt, der war nicht extrovertiert und hat das irgendwie auf Krampf gemacht, sondern er hat irgendwie daran gearbeitet und es wurde dann besser in der Rückrunde vor allem. Deswegen, das hat ihn halt verändert, aber das ist jetzt, das macht jetzt nicht den einen besser oder schlechter, das ist beides nicht hundertprozentig gut, aber Messi war gestern halt wieder absolut unsichtbar nach diesem 4 zu 2, abgesehen von dieser Flanke halt, aber normalerweise musst du da sagen, wenn er so gut ist, wie immer gesagt, der mit Abstand beste Fußballer der Zeiten, bla bla bla, dann muss er da auch wirklich auftauchen, dann muss er irgendwie die Mannschaft mitreißen und dann muss er irgendwie, ja, Konter nicht, hat er nicht gemacht, liegt auch daran, dass er bei Argentinien kein funktionierendes Team hat, das ist genau das gleiche Problem wie bei Frankreich, dachte ich zumindest, aber Argentinien funktioniert ja noch schlechter. Man muss sehen, die haben in der Defensive Uta Mendy, der sehr, sehr stark ist, die haben, auf der 6 haben sie Mascherano, der Rojo ist auch nicht so schlecht, Tagliafico, Mercado ist auch nicht so schlecht, Keeper, klar, der kann das Ding von Mbappé halten, das Erste, aber daran lag es jetzt nicht ausschließlich, Mittelfeld ist Durchschnitt und dann die Offensive ist ja eigentlich das absolute Punktstück von Argentinien, aber umso leid es mir tut jetzt, dass ich das so sagen muss, aber auch da ist halt Messi das Problem, weil Messi hat seine Crew und Messi hat mehr zu sagen als Sampaoli und das ist das große Problem bei Argentinien, Sampaoli ist eine absolute, absolute Pfeife, tut mir leid, der ist kein guter Trainer in meinen Augen und auch, ja, der ist nicht sympathisch oder irgendwas, der ist einfach nur eine Schachfigur, aber das Problem ist, er ist nicht nur eine Schachfigur vom Verband, sondern auch von Messi, weil Messi ist so bei Argentinien der Big Boss, was auch nachvollziehbar ist, weil Messi halt der beste Spieler Argentiniens ist, jemals, deutlich besser als Maradona in meinen Augen, aber Messi hat halt seine Buddies und die spielen halt und das ist halt Schwachsinn, weil du kannst in meinen Augen, du hast einen Dybala auf der Bank, du hast einen Higuain auf der Bank, du lässt einen Ikadi ohne Sinn zu Hause und nimmst irgendwelche Spieler von Boca mit oder aus der eigenen Liga und ich meine klar, gut, so einen aus der eigenen Liga im Notfall, aber die Argentinische Liga ist nicht ansatzweise auf dem Niveau von europäischen Top-Ligen und wen wechselt er ein? Die ganzen Nachfolgerungen, also die ganzen Spieler aus der eigenen Liga, also ich meine klar, sind das auch keine schlechten, Mesa und so weiter und so fort, aber die sind nicht ansatzweise auf dem Niveau von einem Dybala, die sind nicht ansatzweise auf dem Niveau von einem Higuain, das ist einfach fahrlässig und dann verdienst du es auch rauszufliegen und vielleicht könnte Messi nicht mit denen zusammen spielen, ich weiß es nicht, warum nicht, aber die halt alle draußen zu lassen ist in meinen Augen eine absolute Schande, also wirklich eine absolute Schande, vor allem weil Aguero ja auch nicht gespielt hat, also die drei, also Aguero wurde ja eingewechselt, aber die drei erstmal draußen sitzen zu lassen, ich meine, what the fuck, das ist ja, ich meine auch, dass Enzo Perez gespielt hat von Anfang an, ich meine klar, der ist kein schlechter, der hat bei Valencia eine gute Zeit gehabt, aber der ist auch 32 Spiel bei River Plate oder River Plate oder wie auch immer man aussprechen möchte, dann doch lieber ein Vilo Celso, der bei PSG eine unglaublich so gute Saison gespielt hat oder halt eben Bilia, der zwar alt ist, aber immer noch in einer europäischen Top-Liga spielt, ich verstehe das nicht, das System und dann wechselt er Mesa ein, weiß ich nicht, ein paar Wunder von Anfang an gespielt, was auch eine absolute Schande ist, die sind alle nicht schlecht, aber wenn du einen Dybala hast, du hast einen Higuain, du hast einen Aguero, du hast einen Lo Celso, ja, und das ist halt eben die Sache, da sehe ich halt eben Messi so ein bisschen mit dabei, weil, also, sorry, aber wer mir wirklich erzählen will, dass Icard, das hat Messi nichts mit zu tun, sorry, ihr seid verblendet, wirklich, und das war auch schon lange so und deswegen glaube ich, dass das die letzte Chance von, ja, von Messi war, weil, erstens, er ist schon zweimal zurückgetreten, er wird sich diesmal nicht nehmen lassen, wieder zurück, außer er ist ein bisschen erwachsener geworden und tritt jetzt nicht zurück, aber, er ist so ein bisschen der Pablo Escobar von Argentinien, was den Fußball angeht und, wenn er jetzt zurücktritt, dann sehe ich bei Argentinien fast schon bessere Chancen, weil dann kommt halt eine neue Zeit, eine neue Zeit-Ära und dann ist nicht mehr alles auf Messi fokussiert, sondern vielleicht auf Teamplay und die haben die Spieler, um das zu kompensieren, auch ohne Messi gehört Argentinien zu den besten Mannschaften der Welt und dementsprechend, ich kann mir gut vorstellen, dass er zurücktritt, ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht mehr bei der WM 2022 dabei sein wird, auch weil er 34 ist und ich weiß, ob er so lange überhaupt bei Barca, ich weiß nicht, ob er überhaupt so lange spielt, kann ja sein, dass er seine Karriere ein bisschen früher beendet, weil den Körper von Ronaldo hat er einfach nicht, hat er ja noch nie und er hat ja schon mit 17 auf unglaublichem Niveau gespielt und auch nach 13 Jahren ist ein Körper, wenn du den nicht so unglaublich stehlasst wie dem von Ronaldo, das ist ja unvergleichbar, das gibt es im Fußball einfach nicht nochmal, dann ist das schwierig auf so einem langen Zeitraum zu spielen, vor allem mit Messi Spielstil, ich meine, Aduriz kann bis 40 spielen gefühlt, aber der hat einen ganz anderen Stil als Messi und deswegen, ich weiß nicht und ich glaube nicht, dass Argentinien bei der WM 2022 mit Messi nochmal antreten würde und ich glaube, das war seine letzte Chance und die hat er leider nicht genutzt. Es ist nicht schlimm, dass er die nicht genutzt hat, weil wie gesagt, er hat nicht das Team drumherum, also er hat das Team drumherum, das darf nicht spielen und er hat auch selber nicht schlecht gespielt, aber halt nicht auf Messis Niveau, weil Messi ist bei Barca stärker, was aber wie gesagt nicht schlimm ist, weil auch Ronaldo ist bei Madrid stärker, so ist mein Gott. Ja, Frankreich, Top-Favorit, Uruguay, ja und nun gibt es heute die nächsten Spiele, Spanien, Russland, ich glaube ja daran, dass das eine Überraschung geben könnte, ich bin überzeugt, dass Russland die Qualität hat, um Spanien zu ärgern, um Spanien, ja, Probleme zu bereiten, die ja allgemein noch nicht so brutal gespielt haben bei diesem Turnier, Iran hat die Probleme bereitet, Marokko auch, warum nicht auch eben Russland und dementsprechend, ja, und dazu spielt glaube ich Dänemark, ich weiß aber nicht gegen wen Dänemark spielt, deswegen gucke ich noch mal ganz kurz nach, Dänemark spielt gegen, ja, steht hier nicht, perfekt, das ist natürlich optimal, Spanien gegen Russland auf jeden Fall, das weiß ich schon, das habe ich gerade schon angesprochen, ach genau, Kroatien gegen Dänemark, ich sage mal, Spanien, natürlich mit Top-Favorit in diesem Turnier, kommen wahrscheinlich weiter, ich persönlich werde für Russland schieren und ich glaube auch, das wird dann wie gesagt eine Chance hat, Kroatien, Dänemark, da sehe ich nur ein Team, was weiterkommen kann und das ist Kroatien, außer Dänemark überrascht wirklich vollkommen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil die eigentlich nicht die Qualität dafür haben, zumindest auf dem Level, dass sie mit Kroatien mithalten können, die für mich das beste Team der WM bisher waren, ja, die spielen der attraktivsten Fußball, die Kroaten, die haben eine unglaublich stabile Mannschaft, eine unglaublich ausgeglichene und spielerisch starke, zusammen eingespielte Mentalität ist ganz hoch, also mit für mich mittlerweile ein Favorit bei dieser WM und ich glaube, die werden weiterkommen gegen Dänemark und ja, Spanien, Russland, wird wahrscheinlich auf Spanien hinauslaufen, aber ich hoffe und cheer für Russland morgen dann Brasilien, Mexiko, das ist eigentlich eine klare Geschichte, auch wenn Mexiko natürlich überraschen kann, aber ich glaube, dieser Konter-Fußball wird gegen Brasilien nicht in dem Maße funktionieren, weil er Brasilien halt einfach ein bisschen schnellere Spiele hat und ja, allgemein einen ganz anderen Spielziel als Deutschland, gut und Belgien, Japan ist jetzt auch nicht gerade spannend, ich denke mal, da wissen wir alle, wie es ausgehen wird, ja, Schweden-Schweiz ist dann auch interessant, weil eigentlich auf Augenhöhe, aber die Schweiz sehe ich da doch favorisiert und Kolumbien-England, da wird Kolumbien wahrscheinlich nichts ausrichten können, gerade wenn James fehlt, ja, das sind so meine Gedanken dazu, ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt, schreibt mir einen lieben Kommentar, wundert euch nicht, es gibt keine Bilder, es ist ein Podcast, ihr solltet ihn anhören, nicht angucken und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag, viel Spaß bei der WM und Kopf hoch, liebe Argentinien und Portugal-Fans, das wird schon wieder, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao und